Hallo, ich bin der Demis, der Parkdesigner vom Kreisberg. Ich freue mich, dass hier die Season wieder hier sein darf, vor allem, wenn wir wieder einer der ersten Nicht-Gletscher-Parks sind, die auch in Österreich aufgesperrt haben. Ich freue mich, dass hier die Säge und 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 die Säge. Ich freue mich, dass hier die Säge und die Säge oder die Säge und die Säge und die Säge, Vielen Dank.